Als das Nilpferd Sehnsucht hatte. Von Iris Wever Es war einmal ein Junge mit Namen Freddy. Er war klein, aber mutig und stark. Freddy hatte einen Freund, das Nilpferd. Es war groß und voller Sehnsucht. »Weißt du«, sagte das Nilpferd, »Afrika ist das Land meiner Träume. Dort wachsen Palmen mit Kokosnüssen daran. Die Erde riecht nach Honig, und die Luft duftet nach Bananeneis. Es leben viele Nilpferde in Afrika, und sie baden in Flüssen, die glänzen wie Gold. Ich wünschte, ich wäre in Afrika. Dann hätte ich nämlich ganz viele Nilpferdfreunde, und das wäre ein Glück. Ein Glück so groß und so rund wie die Sonne.« »Aber Nilpferd«, sagte Freddy, »Afrika ist sehr, sehr weit weg.« Das Nilpferd nickte traurig. »Hm, stimmt.« Dann saßen sie einfach da, das Nilpferd und Freddy. Sie schauten in den großen, weiten Himmel, und sahen zu, wie die Wolken zogen. Bis auf einmal eine Idee aufblitzte, genau in Freddys Kopf. Er sagte zum Nilpferd, »Ich bin gleich wieder da.« Es war schon dunkel, als Freddy zurückkam. Er hatte sein Fahrrad dabei. Und auch einen Anhänger vom Zoo. »Nilpferd«, flüsterte er, »schläfst du schon?« Im Gebüsch grunzte jemand. Es seufzte, schmatzte und schnaufte. Mit ganzer Kraft zog Freddy das gähnende Nilpferd aus dem Gebüsch und schob es auf den Anhänger. »So«, sagte er zum Nilpferd, »jetzt fahren wir nach Afrika.« Und weil zwischen hier und Afrika das große, weite Meer liegt, machten sie sich auf den Weg zum Hafen. Sie fuhren durch die Nacht in den nächsten Morgen. Wind kam auf. Es stürmte und donnerte. Dicke Regentropfen fielen vom Himmel. Und weil das Nilpferd jammerte, »Ich werde ja pitsche-patsche-nass«, gab Freddy ihm seine Regenjacke. Das ist nämlich ein kugelrundes Glücksgefühl, wenn man seinem Freund die Regenjacke gibt. Eine Krähe kam geflogen und rief, »Gerne würde ich euch begleiten und mal auf dem Nilpferd reiten.« So kam es, dass auch die Krähe nach Afrika reiste. Im Hafen lagen viele Schiffe, aber das größte Schiff von allen fuhr nach Afrika. Es war ein prachtvoller Dampfer, ein Wellenschieber, ein Hochhausschiff. Tage und Nächte fuhren Freddy, das Nilpferd und die Krähe auf dem Dampfer über das endlose Meer. Eines Morgens aber türmten sich die Wellen bis hoch in den Himmel. Das Wasser roch nach Meeresboden und Seeungeheuern. Auf und ab schaukelte das Schiff. Und dann geschah es. Eine Welle packte das Nilpferd und stürzte mit ihm in die Tiefe. »Mann über Bord, jetzt ist es fort!« krähte die Krähe. Die Möwen schrien gegen den Wind. »Ja, kann das Nilpferd denn auch schwimmen?« Und weil Freddy das nicht so genau wusste, sprang er hinterher, um das Nilpferd zu retten. Einen Freund zu retten ist nämlich Ehrensache. Ein Wal tauchte aus dem schäumenden Meer, groß und mächtig. Mit tiefer Stimme fragte er, »Wohin des Weges?« »Nach Afrika!« riefen Freddy und das Nilpferd und beide schnappten nach Luft. Die Krähe aber krähte, »Eine Reise auf deinem Rücken würde uns sehr beglücken!« So kam es, dass Freddy, das Nilpferd und die Krähe auf dem breiten Rücken eines Wales reisten. Welch ein seltenes und funkelndes Glück das war! In Afrika kletterten Freddy, das Nilpferd und die Krähe vom Wal. Sie riefen ihm die allerbesten Wünsche hinterher. Denn auch Wale brauchen Glück, und das muss größer sein als die Sonne. Bis zu dem Ort, wo die wilden Tiere wohnen, war es noch ein weiter Weg. Auf ihrer Reise gelangten sie in die endlose Wüste. Die war schrecklich heiß und voller Sand. Freddy stöhnte. »Ich schwitze!« Das Nilpferd jammerte. »Ich verdurste!« Und die Krähe krähte. »Wenn wir noch lange warten, bin ich ein Gänsebraten!« Auf einmal war da ein Geräusch, ein Brummen, Quietschen und Ächzen. Ein Eiswagen tauchte hinter den Sandbergen auf. Die Krähe krähte. »Halte an! Wir wollen ein Eis! Außerdem ist uns sehr heiß!« So kam es, dass Freddy, das Nilpferd und die Krähe mit einem Eiswagen durch die Wüste reisten. Das war vielleicht ein süßes Glück! Als sie dort ankamen, wo die wilden Tiere wohnen, liefen alle herbei. Der Löwe brüllte sein freundliches Brüllen, und es wurde geschnattert, gewirrt und trompetet, denn die Aufregung war groß, und alle fragten allerlei durcheinander. Also erzählten Freddy, das Nilpferd und die Krähe von ihrer Reise, vom Meer, vom Wal, von der Wüste und dem Eiswagen. Und die wilden Tiere erzählten von ihrem wilden Leben. Das dauerte viele Tage. Und hier endet die Geschichte. Das Nilpferd war im Land seiner Träume. Es hatte jetzt viele Nilpferd-Freunde, und das war ein Glück, so groß und so rund wie die Sonne. Und Freddy? Ja, Freddy hatte das Nilpferd in das Land seiner Träume gebracht. Er, Freddy, konnte alles schaffen, alles, was er nur wollte. Und das war ein Glücksgefühl, so wohlig warm wie ein Löwenfell. Aber etwas gibt es doch noch zu erzählen. Auf einmal war Freddy ganz still. Er war nämlich ein wenig traurig und voller Sehnsucht. Denn zu Hause wartete jemand auf ihn, der ihn sehr lieb hatte. Wisst ihr, sagte Freddy zu den Tieren, morgen muss ich unbedingt wieder zu Hause sein. Aber Freddy, riefen die Tiere, zu Hause ist sehr, sehr weit weg. Freddy nickte traurig. Ah, stimmt. Dann saßen sie einfach da, die Tiere und Freddy. Sie schauten in den großen, weiten Himmel und sahen zu, wie die Wolken zogen. Bis auf einmal eine Idee aufblitzte, genau im Kopf vom Nilpferd. Es rief, Flughafen, wir müssen zum Flughafen. Da war die Aufregung wieder groß. Alle Tiere riefen durcheinander. Gackernd und brummend, brüllend und wiehernd, trompetend und schnötternd, brachten sie Freddy zum Flughafen. Gackernd und brummend, brummend und schnötternd, brummend und schnötternd, brummend und schnötternd. Komm mal wieder, riefen die Tiere. Gackert Gackert Gackert